Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie gut sie läuft an zwei ausgerenkte Hüften. Und die läuft wirklich so toll, das ist echt erstaunlich. Klar, die rennt nicht, die springt nicht, aber kann man sich das mal angucken. Das ist der Oberhammer. Man kann sowas praktisch nicht einfach wieder zurück positionieren, weil die Bänder, die das halten, sind gerissen und die Muskeln sind gedehnt, sodass da halt einfach kein Halt ist. Man drückt das praktisch zurück und schnappt das wieder raus.